So, willkommen zurück. Das lasse ich natürlich gar nicht auf mir sitzen. Haben wir die Level-Ups bekommen eigentlich? Irgendwelche Level-Ups oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ist aber auch falsch egal. So, was machen wir jetzt? Du kannst heilen, das ist aber irgendwie so gut wie nichts bringt. Du bist ein heilender Supporter, aber ihr seid alle nicht wirklich sonderlich gut im Heilen. Da ist der Rest, den ich hier habe, schon wesentlich besser. Hm. Ich weiß echt nicht, was ich da so genau tun soll. Ich werde das Team hier mal beibehalten, denke ich. Die haben sie noch gar nicht gelevelt. Aber ich werde mal... Ähm... Hier ein bisschen Sachen machen. So, wie wir es mal mit... ...ein bisschen die Attacke von Tierstärken. Du kannst dein Matchstärken mal ein bisschen pushen. Du greifst speziell an, ne? Ja, du hast speziell an. Reinsch, sieben. Neues. Das ist aber alles magisch. Wenn es dann mag ich dann auch mal erhöhen. Du... Genau. Ne, wo? Ne. Egal. er hat fast keine training points schade reicht nicht egal aber auf jeden fall hier schon mal kleine boosts und dann deine skills hatte ich dann will ich auch noch das brauche ich hier glaube ich nicht bringt mir nix bringt mir nix nein das ist alles nicht sinnvoll wie man es auch dreht und wendet egal speichern wir noch mal und dann machen wir einfach noch mal es gibt es sie ja wir kennen die szene und ist meine etwas andere strategie ich habe keine ahnung wie ich das genau angehen soll aber alter er ist ja du bist so langsam das ist schlimm schon mal ein bisschen voraus er ist zu langsam für diese welt eine katze turnt hier gerade um das ist nicht ganz so toll aber egal also ich finde schlecht die russe wäre ein bisschen schneller alt am u5 ist halt echt so wertloser müll also wenn ich einen supporter findet sie der sich schneller macht dann wäre schon geil egal ich brauche ich ich will mich jetzt auch nicht direkt davor stellen ich will mich jetzt schon zurück und ihr wirst du bist so langsam bewegt dein arsch mal dahin ich will mich jetzt bist du wieder Das ist Ihr Kind. Ihr Kind ist wichtig. Ihr Nestviecher. Ihr Nestviecher. Ihr Nestviecher. Das Viech muss ich loswerden. Was ist das? So. Die Maske. Wir sind jetzt zum Glück relativ schnell. Schnell. Hä? Was? Wir werden in die Flaschmutter absch Salem. Du kannst auch nicht verschenken. Gehen Sie in die Reise. Das war so. Ich bin schon alle in die Reise. Ich bin schon alle in die Reise. Gehen Sie bitte hier. Noch nicht mehr... Es ist ein sehr guter Kühl, nicht wahr? Huh? Oh... Dann... ich finde es ein bisschen dumm ehrlich gesagt an den spielern muss ich also sagen dass dann die skills der gegner nicht einsehen kann das hat echt ein bisschen sehr scheiße generell ich hätte halt echt gern mehr informationen über die charakter als das bisschen was hier steht es ist nämlich echt definitiv zu wenig sein ganz im ernst siehst ich mal zurück darfst du schon mal hier und schön auf die fresse geben in der kemwalyse nachher So, du kriegst jetzt erst mal eine Fresse, du Viecher. Jetzt machte ich einen Schaden. Kritik. So. Geh drauf. So, ein Feind schon mal besiegt, ein Wetter ist schon geschwächt. Die beiden bleiben auch immer zusammen. Das war so nebenbei. Ach ja. Aber hier steht schon wieder so günstig da. Hm. Kann ich euch denn so vernünftig treffen? Da oder nicht hier? Aber ich kann hier treffen. Sehr gut. Paralyse. Doppelte Paralyse. Du triffst von mir aus. Sehr schön. So. So. Nicht. Tanderschock. Nein. Electricity. Tanderschock. Anstürk. So. Und dann. Kannst du beide treffen? Hast du den Skill? Nein. Ich brauche eher Ariele. attacken kann es übrigens mal der das direkt vor die nase setzen und dann du musst wie ja sehr gut jetzt erfahren wir wenigstens noch was charme überhaupt macht Alter, diese Rang von Avatar-Era ist so abartig. Ich hasse sie so sehr. Hallo? Ach, das ist Charme. Ach, gib mir doch mal hier die Beschreibung hier. Alter. So unfair. Ach, das ist noch nicht so. Ach, das ist noch nicht so. Ach, das ist noch nicht so. Das ist noch nicht so, das ist noch nicht so. Ich glaube, das ist noch nicht so. Ich werde es nicht so machen. Ja, ich weiß, meine SP stellen sich her. Sag mir das nicht jedes Mal, meine Güte. Oh, hält es nicht super viel aus. Und das ist toll, wie die alle außerhalb der Reichweite sind. Sehr schön. Das ist schön, dass meine Leute etwas schneller sind. Und das ist noch nicht so. Aber das ist noch nicht so, dass meine Güte nicht so. Und ich habe mich nur noch nicht so. So. Hau ihr aufs Fressbrett. Ähm, das ist also richtig. Und das dumme Drecksau lebt immer noch. Ja! Hau ihr aufs Fressbrett. Ach, das ist die Säule. Ich bin ja jetzt so. ein moment da bin ich wieder wo fahren wir jetzt hast um kreis weiter um sie anzugreifen besser als nichts kritiker sogar das aber nichts bringt das ist als der hochheit diese schlampe kannst du von mir aus treffen dann das schock ist nicht ob genug und sie von jahr aus stirbt doch so ernst sagt nachher triffst von mir aus nix naja zurückziehen mal schauen was passiert sehr gut kritiker jetzt dass sie ihre eigens ihre fähigkeit wahrscheinlich interessiert mich wenig aber natürlich hast du ein kritiker ich will jetzt endlich dieses misst schlug getötet und so feuer bleib du gleich nicht von zwei seiten angriffen wirst du kannst dich noch besiegen elektrizität kritiker bringt nur nix ja heil du dich dann kann ich leben also halbwegs das ist zum glück resistet du bist auch so gut wie tot 9 die sekhe das war nicht gut So. Let's go. Okay, du bist auf 37 runter, du bist fast tot, jetzt tue ich irgendwas, ne, traust du nicht. Oh, mir gehen schon die HP ab und aus. Naja, heil du dich nur hoch. Das macht das Angenehmste, was du tun kannst. Sie macht zu viel Schaden und stirbt einfach nicht. Alter. So. 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 Sehr gut. So. So. ich bin der herrn wir werden nicht mehr wir werden nicht mehr die wohnen die wohnen die wohnen die wohnen die wohnen die wohnen Ich muss die schlafen. Ich muss die flach gehen und weg gehen. Ich muss die flach gehen. Ich kann nicht sein, ob ich ein Flach gehen soll. Hä? Oh, gut, du lebst noch. Äh... Das ist wahrscheinlich, wo das ist das? Hey! Hm... Äh... Warte. Ich muss dich töten. Komm schon. Hm? Oh, sehr gut. Ganz exakt. So, jetzt bist du allein, du Sau. Hm, nein. Ich werde das zurück und dann... Summon. So, mal schauen, was du noch allein machen kannst. Ja, da kann ich mich nicht heilen, aber... Erstmal beschwören. Ja, ich jetzt halt noch einen Healer hätte, ne? Skill... Aber sie muss sich auch irgendwo wieder hochheilen, wenn sie nicht sterben will. So... Ich komme nicht von ihr weg. Danke. Ich werde mich überleinen. Ich werde dich nicht überleisten. Ach, ich werde mich dafür aufgewacht. Das heißt, du bist mit der Leid. Oh, immer wieder ein Kampf. Oh, oh. Ich werde mich nicht überleisten lassen, meine anderen Läuten beheult. jetzt muss ich entscheiden sie geht stur auf angriff ich glaube ich kann ihr mehr schaden machen als sie mir und das sollte dann reichen hoff ich auf 11 runter ich greife dich auch noch mal an gewonnen meine fresse sehr gut es ist alles alles ich bin ich bin ich bin ich bin Ja, das ist der Mastor-Mastor. Ja, das ist so schön. Das war's für heute. Das war's für heute. Sehr gut. Hätten wir das auch geschafft. Nice. Erstmal speichern. Ah ja. Und dann... Jo. Ein zweites Versuch noch erfolgreich geschafft. Und wir sehen uns dann am nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.